Willkommen zu den Vivi News. Das nächste Grail Comic von Marvel erscheint als NFT hier auf Vivi. Außerdem bekommen wir den Bösewicht Kang auf der Vivi Plattform als NFT. Außerdem gibt es für diesen Monat kein Update Video. Wieso, weshalb, warum, das klären wir in diesem Video. Willkommen on board, ich bin Stein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen, schönen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du definitiv nichts. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem Video. Und schauen tun wir an dieser Stelle mit dem ersten, beziehungsweise auch nächsten Grail Comic, muss man ganz klar sagen. Und zwar nämlich hier mit Giant Size X-Men Hashtag 1. Und das ist tatsächlich ein sehr beliebtes Comic unter den X-Men Fans. Nichtsdestotrotz haben wir hier aber auch noch einige First Appearance mit dabei. Nämlich zum Beispiel Storm, Colossus, Nightcrawler, Thunderbird und sehr viel mehr. Und das macht das Comic an sich auch sehr interessant, da es tatsächlich auch viele Leute direkt auch an die X-Men erinnert. Die es wirklich auch sind. Und ja, das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle dort sehen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Das Ganze wird natürlich wie immer auch exklusive Rare und Ultra Cover haben. Und das ganze Comic ist tatsächlich auch relativ gut im Preis. Wir sehen jetzt tatsächlich hier nicht die 9.8er Preise. Ich habe hier auch schon von Preisen von 50.000 bis 70.000 gehört. Also wir reden hier doch von einem relativ hochpreisigen Comic. Eine 9.6 wurde hier für 12.000 verkauft. Was man aber an dieser Stelle nicht vergessen darf. Das Comic besitzt sehr, sehr viele gute Varianten. Also von der 9.8 gibt es teilweise sogar über 200 Stück. Und das hat natürlich dann auf den Preis einen sehr großen Einfluss. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass wir hier wirklich noch 200 plus Comics haben in diesem Grade und das Comic dann aber schon 70.000 kostet teilweise, beziehungsweise Comics trotzdem in dem Bereich von 50.000 bis 70.000 verkauft werden, dann ist das doch ein sehr gutes Zeichen. Denn natürlich steigt der Preis auch mit der Verfügbarkeit von solchen Comics. Das heißt, wenn natürlich hier die 9.8er Rate von den Great Comics sinkt, das heißt wir plötzlich nur noch bei 100 sind, können wir natürlich hier auch mit einem Preisanstieg rechnen, weil es einfach deutlich weniger gibt auf dem Markt. Und dementsprechend, wenn die Nachfrage so ist, wie sie jetzt momentan ist, dann wird natürlich hier auch der Preis steigen, weil natürlich immer mehr Leute das auch haben wollen, beziehungsweise einfach eine Verknappung stattfindet. Das ist natürlich jetzt momentan erstmal der Stand der Dinge, aber wir sprechen hier auf jeden Fall von einem sehr beliebten und interessanten X-Men-Comic. Passend zum nächsten Ant-Man-Film gibt es natürlich hier auch den nächsten Bösewicht als NFT auf Vivi und zwar springen wir nämlich von Kang. Und Kang ist wahrscheinlich mit einer der interessantesten und auch spannendsten Bösewichte, der auf jeden Fall die nächsten Jahre hier auch das Marvel-Universum besuchen wird und immer mal wieder auftauchen wird. Wir sehen ihn jetzt hier an dieser Stelle als NFT am Montag um 17.00 in deutscher Zeit auf Vivi. Das Ganze mit insgesamt zwei Varianten und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie deine Meinung zu diesem ganzen Collectible ist. Ich persönlich werde mir definitiv eins holen, denn wenn man sich das ganze Vorschaubild hier auch auf jeden Fall anschaut, ich muss sagen, mir gefällt der an dieser Stelle sehr, sehr gut. Aber ich bin wie gesagt wie immer gespannt auch auf deine Meinung. Und ansonsten komme ich nochmal auf etwas zu sprechen und zwar nämlich auf eine Aktion von einem User hier aus der Community, der nämlich bei Blockbit einen Vorschlag gemacht hat. Und zwar nämlich, dass man hier CSV-Dateien reinladen kann von Vivi und diese werden dann sozusagen für euch verarbeitet und dann wird eure Steuererklärung sehr viel einfacher werden. Kommen wir aber ganz kurz zu dem Punkt, was ist denn Blockbit überhaupt, um das kurz zu erklären. Und zwar vereinfacht es euch im Prinzip hier eure Steuererklärung zu machen, eigentlich mehr im Kryptowährungsraum, aber natürlich gehört Vivi auch zum NFT-Crypto-Space. Und dementsprechend könnte es auf jeden Fall hier auch sein, dass sie dann das Ganze auch implementieren. Und im Prinzip könnt ihr das natürlich auch für eure Krypto-Steuern nutzen, was denke ich für den einen oder anderen sehr großen Vorteil ist. Erst recht, wenn man viel tradet, viel immer hin und her tauscht, dann kann man das hier auf jeden Fall super nutzen, um seine Steuern immer im Blick zu behalten. Und als letztes klären wir noch die Frage, wieso kommt diesen Monat sehr wahrscheinlich kein Update-Video. Ja, und zwar schreibt er nämlich hier Vivi, Das heißt, ja, die Bosse, David und Dan sind an dieser Stelle anscheinend momentan sehr viel am Reisen, deswegen kommt anscheinend kein Update-Video. Ich finde das zwar eine sehr schwammige Aussage, es wird aber nichtsdestotrotz trotzdem einen Discord-Community-Update geben, aber hier an dieser Stelle mit dem Vivi-Product-Director Mitch Mac und dem Kommunikationsmanager Reese Skeller zusammen. Das Ganze wird am Montag um 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Ich werde mal sehen, wie ich das Ganze schaffe. Eventuell nehme ich das Ganze für euch auf und werde das Ganze Livestreamen. Das heißt, dass ihr dann nicht auf dem Discord sein müsst, sondern das Ganze bei mir im Livestream schauen könnt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen, wichtigen Vivi-News, die du da draußen definitiv wissen solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.